Was geht ab YouTube? Ich bin's wieder, euer 66 Flake. Heute kriegt ihr von mir meinen persönlichen Yu-Gi-Oh! Wine. Ist ja eine Thematik, die zur Zeit eigentlich sehr viele Yu-Gi-Tuber hochladen. Hat man schon öfters mal gesehen. Yu-Gi-Oh! Wines. Yu-Gi-Oh! Dragon hat mich auch noch mal drauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt immer mehr werden. Und was sind Wines? Also kurze Videos, die Deck-Thematiken oder bestimmte Sachen halt auf den Arm nehmen, mehr oder weniger. Und in meiner Sendung habe ich mich mal mehr auf Yu-Gi-Oh! Spieler festgelegt. Hier mal eins meiner Lieblings- Yu-Gi-Oh! Wines vom Asian Ice White Dragon. Einfach nur zu geil. Ice Bearer-Players, be like. Just wait till next format. They're gonna be so good. Ich fang an. Viel Spaß. Rodrigo Togoros, be like. I'll Summon a Frog. Kogaracho, be like. Grand Soil Effect. Bring back Cat. Activate. Target Noden. Zombie Zuckers, be like. Overlay Caster and carry Kion for God. Just because I can. Psycho 89, be like. Summon Undine. Title to Crave. Get Controller. Special Title. Banish those two. Overlay. 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 Leviere. Leviere Effect. Get in. Attack. 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 Effect. Get in. Attack. Good game. Atzniens, be like. Summon Nikitama. Summon Aratama. Black Luster Soldier in your face. Max, be like. Activate Return. Bring back Orpheon. Arra Zusa. Zuzano Mo. And a new Bruton Exceed. Christoph Blauroch, be like. Wolf Borg Effect. Special Summon Bear. Exceed Socon. Uweo Dragon, be like. Lumina Effect. Bring back Minerva. Blaster Effect. Spanish Devyverns. Get those JDs. Summon Leo. Set Breakthrough Skill. Go on, try something. Alles Bemengert 10. Be like. Nice opening. My turn. Fuck. Shit. Nooo. 66 Plague, be like. Summon Yamato. Activate Colosseum. Set 2. End Phase. How to Rafe. Go on, try something. put her up. Goodош私, be kell du in CAP. It's actually my turn. Pay, get 10 hours before you hitsitute. I had two hours before you get done. Well, listen, talk to you too. How's it next?